Guten Abend, natürlich sind wir froh, dass wir drei Punkte holen haben, weil zum Schluss nur die drei Punkte zählt. Und egal, wir haben das gemacht, zum Schluss haben wir einfach super glücklich, weil ehrlich gesagt, nach unseren ersten 20 Minuten, was haben wir da gezeigt oder hier gezeigt, man kann es vielleicht nicht so gut vorstellen, dass wir zum Schluss sogar gewinnen. Also so passiert, so ist Fußball und wir nehmen die drei Punkte gerne mit, wir wünschen für Mainz 05 alles Gute und natürlich viel Erfolg, sehr gute Vereine und sehr gute Mannschaft, hat das im Feld gesehen, dass echt ein guter Fußballer ist da. Wir haben von unserem Limit gegangen, ab der erste Minute und bis zur letzten Nachspielzeit und einfach bin ich überglücklich und natürlich riesen Kompliment für Mainz.